Musik Hey Freunde, wie ihr sagt, ich habe ja versucht was vorzubereiten für meinen 30. Geburtstag. Das Wetter heute war, da wollen wir nicht drüber sprechen. Auf jeden Fall haben wir hier vorne einen Mega-Cracking-Vulkan. Ich sage einfach nur das, was jetzt da ist. Die Schussfolge weiß ich gerade nicht aus dem Kopf mehr. 64 Schuss von Komet, sagt mir der Name gerade nicht, es war eine Neuheit. Sagt mir auch gerade nichts. Leute, ihr merkt, ich bin fertig. Ich versuche es nochmal unten hinzuschreiben, ich sehe die Effekte am Hand vom Video später. Und dann schreibe ich es nochmal unten rein. Die Pyro-Spektakel Level 1, wo das Kabel drauf ist vom Blackbox. Vier verschiedene Argento-Batterien. Das ist auf jeden Fall die Ladykiller. Dann haben wir eine Fireball XXL von Pyromax, eine Octopus F3 von Blackbox und zum Schluss dreimal Tropic. Die mit dem komischen Namen. Aber wie gesagt, ich schreibe es alles nochmal unten rein und dann schauen wir mal. Sind jetzt alle draußen? Ja, Christian kommst du, der holst du noch was zu essen. Der soll Eier machen. Der soll Eier machen. So, sind los. Das war Herr. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.